Yo, yo, yo Leute, ich bin's dir Achim und willkommen zu einem neuen Minecraft Minigames Video. Yo, in letzter Zeit kamen ja leider keine Videos, weil ich krank war. Aber jetzt werden wieder regelmäßig und aktiv Videos kommen. Erste Runde hier, auf der Map Schmelztiegel, das passe ich ja. Aber kann man jetzt auch nichts dran ändern. So, Hummus, direkt mal die Kiste da hinten. So, das kann man schon mal gebrauchen. Oh, ich hab einen gehört. Oh, da ist einer. Jetzt gibt's Krieg. Oh, da ist ein Tierstiefel. Oh, nice. Okay, erste Runde ist gewonnen. Mal gucken, wie's in der zweiten Runde aussieht. So, zweite Runde. Naja, auf der Map Bucht. So, schon mal ein paar Tonen gelootet. Aber den lass ich erstmal in Ruhe, weil der hat ja eh noch nichts. Ich glaub, ich glaub erstmal in der Mitte. Oh. Aha, da oben ist eine Truhe, die gerade gewiffelt wurde. Was macht er denn da oben? Was sollte es werden? Wo sind die denn? Oh, der kriegt ja noch eine Schnauze. Ja, der hat glaube ich auch ganz gute Sachen. Und der trifft. Ich allerdings nicht. Genau, soll er runterkommen. Ja, jetzt abholen, ne? Seh ich nicht ein. So, noch ein bisschen TNT. Ich hoffe mal, dass der letzte auch ein bisschen OP-equipped ist. Und dann nicht nur so Dreck-Sachen hat. Wo ist er denn? Na, ich geh ihn mal suchen. Aha. Ey, da hat er gar nichts. Egal, ich lass ihn da einfach mal in die Mitte, weil das hat er wenigstens etwas. Ich schau ihn da mal ein bisschen rüber. Ah, okay, er geht schon von selber. Okay. Ja, alles klar. Okay, da habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist, dass er nicht gerechnet wird. Jo. Dann würde ich sagen, eine Runde geht immer noch. Und dann bis gleich. Jo. Final Round. Diesmal ist die Runde komplett voll. Auf der Web geschrumpft. und ich sehe schon ich krieg nur eine kiste das ist nicht so nice als ob ich nichts zu essen hab oh fuck oh fuck ok ok ja er wollte gerade noch team ich sehe es nicht ein ja ok dann team halt nicht ne komme ja gib mir essen gib mir essen so kann es nicht zu ende gehen ok ich glaube ich werde noch eine runde hinten da anlegen ja komm es geht noch so final round auf meiner lieblings map grenzlade grenz lande wieder nice drei kästen gelootet so die gönnen wir uns mal zuerst aber immer aufpassen von hinten da ist kein nix von gebrauchend ok da werde ich mich mal einmischen das war nice So, erstmal in der Tauordnung. Oh, ich glaube erstmal den Hebel aktivieren, genau. Wer lebt denn noch? Oh, die gönne ich mir. Oh, okay, noch nen Feuerbogen, nice. Jetzt bin ich OP equipped. Okay, wer will jetzt B4? Okay, hier ist der Rot irgendwo nachher gelaufen. Ah, da hinten. Ah, da hinten. Okay, das ging schnell. Okay. Der ein anderer lebt noch. Der sollte mal in die Mitte kommen. Jetzt muss ich den auch suchen, ey. Hä, wo kann der denn sein? Ah, da geht mal Goldapfel rein. Ah, da geht mal Goldapfel rein. Oh, no chance hier. Yo Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like da und ciao. Und ich hör es euch mal ein Bezgeraat, wenn es euch gefallen hat. Hi- shown es euch ein Michael. Genau die Rolle게 Babe Goldapfel. Wo ist ja immer das D countries Cocody. Ich bin geil.